Hey Leute, was geht ab? Dieses Video ist besonders dann für dich geeignet, wenn du mit Ableton noch ganz am Anfang stehst bzw. wenn du vielleicht von einer anderen Software auf Ableton gewechselt bist und dir denkst, what the peep, wie geht das hier alles, wo bin ich hier gelandet, was soll das eigentlich? Bevor wir starten, im Beschreibungstext dieses Videos habe ich dir ein anderes YouTube-Video verlinkt und zwar von einem Live-Set von Stefan Botzin oder Botzin oder wie wird er denn ausgesprochen? Schreib es mir in die Kommentare. Ein mega Live-Set auf knapp 3000 Meter Höhe in den Schweizer Alpen und mach dir das leise an, hör dir die Musik leise hier im Hintergrund zu diesem Video an, es lohnt sich. Ich warte so lange hier auf dich, also schau mal den Beschreibungstext. Bist du fertig? Hast du angeklickt? Ich hab Zeit. Drück am besten hier auf Pause. Bist wieder da? Läuft Stefan Botzin im Hintergrund? Krass, oder? Mega geil. Stefan, ich kenne keinen Low-Cut-Botzin, wie ihn auch der gute Thomas aus unserer Masterclass-Community nennt. Und scheppert richtig. Ich hab ihn mal live gesehen auf der Turmbühne, auf dem Fusion-Festival und kannte Stefan Botzin damals nicht und war vom ersten Moment an verliebt. Ich dachte mir, was ist hier los? Das ist eine andere Liga. Das ist kein gewöhnlicher DJ, der einfach zwei Platten ineinander mischt, sondern der Mann spielt mit einer Leichtigkeit, mit seinen Controllern und mit seinem analogen MOOC-Synthesizer. Das sieht so leicht und so einfach aus. Oh mein Gott. Aber ich kann dir eines sagen, wenn etwas so einfach aussieht, dann bedeutet das, dass da jede Menge Vorbereitung drinsteckt. Sowas fällt nicht vom Himmel. Das ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und in der Zwischenzeit habe ich auch einen der Musiklehrer von Stefan Botzin mal kennengelernt und persönlich gesprochen. Und ja, es hat sich herausgestellt, da ist natürlich gewaltig viel Vorbereitung in dem Ganzen drin. Eine mehrjährige Lernkurve. Und am Ende sieht es dann natürlich ganz einfach aus. Also merkt ihr die Faustregel. Immer wenn etwas ganz einfach aussieht, dann steckt in der Regel jede Menge Vorbereitung da drin. So geht es uns auch mit Ableton Live. Du kennst vielleicht diese ganzen YouTube-Videos, wo irgendwelche Menschen, irgendwelche jungen Leute auf irgendwelche bunt blinkenden Controller klicken oder einfach in der Software klick, 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 klick machen. Und dann kommt da geile elektronische Musik raus. So einfach, wie das ausschaut, ist es natürlich in der Regel nicht. Vor allen Dingen, aller Anfang ist schwer. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe mal in einem Jahr leider keine Tickets für mein heißgeliebtes Fusion-Festival bekommen und habe dann gedacht, hey Mensch, wenn ich nicht zur elektronischen Musik fahren kann, dann kann ja die elektronische Musik zu mir kommen. Und ich habe mir dann quasi von der Festival-Kohle meine erste Ableton-Lizenz geholt und ein Novation-Launchpad, so ein MIDI-Controller, und dachte halt naiv, wie ich damals war, okay, wenn ich mich jetzt mittags hinsetze mit dem Ganzen und anfange, mich damit auseinanderzusetzen, dann muss es doch eigentlich so sein, dass ich spätestens abends zum ersten Mal bunt blinkende Knöpfe drücken kann und dass geile Musik hinten rauskommt. So war es natürlich nicht. Das war eine reichlich naive Vorstellung. Das Hauptproblem damals war, dass ich nirgendwo im Netz eine vernünftige Schritt-für-Schritt-Anleitung gefunden habe. Und die gab es nicht bei Google zu finden, die gab es auch nicht bei YouTube zu finden. Natürlich gibt es auf YouTube hier jede Menge gute Tutorials, das ist keine Frage, aber häufig verbringt man extrem viel Zeit damit, sich alles Mögliche anzugucken, ohne dann selber wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Man kann auch keine Fragen stellen, so wie man einer Person eine Frage stellen kann und bleibt letztlich mit seinem Hobby, mit seiner Leidenschaft, mit seinem Frust alleine vorm Rechner sitzen. Vielleicht kennst du das auch. Mein persönlicher großer Durchbruch kam damals, als ich dann in meinem Freundeskreis mal rumgehorcht habe, wer denn eventuell mit Ableton Live arbeitet und dann jemanden gefunden hat, der mir um Jahre voraus war. Und die Person hat mir dann Schritt für Schritt gezeigt, welche Schritte denn jetzt notwendig sind und am Ende zu einem geil klingenden Ergebnis zu kommen. Und das Tolle war, immer wenn ich irgendwo stecken geblieben bin oder nicht mehr so richtig weiter wusste, konnte ich der Person Fragen stellen. Und das war eigentlich mein persönlicher Durchbruch, so auf die Art und Weise habe ich Ableton Live gelernt. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Viele, viele Jahre später habe ich mein erstes Fachbuch für Ableton Live geschrieben und damit direkt in Amazon Bestseller gelandet. Und kurze Zeit später habe ich Ingo Rieber kennengelernt. Ingo ist studierter Jazzmusiker, Ingo ist studierter Jazzposaunist, der hat es wirklich von der Pika auf gelernt und er gibt schon seit über 15 Jahren Ableton Unterricht. Und irgendwann haben Ingo und ich mal über unsere Anfangszeit mit Ableton Live geredet und es stellte sich raus, es ging ihm damals ganz genau so wie mir. Und Ingo hat in der Zwischenzeit über 750 Musikschüler im Bereich Ableton gehabt und er meinte, dieses Phänomen, dass du da am Anfang alleine sitzt und nicht so richtig weißt, das ist weit verbreitet. Das ging nicht nur ihm oder mir so, das geht den meisten so. Das Schlimmste ist, alle sitzen alleine vor ihrem Rechner und haben keine Leute, mit denen sie im Austausch stehen und die sie fragen können. Und da war relativ schnell klar, wir haben eine gemeinsame Mission, der Ingo und ich. Wir möchten Menschen das anbieten, was wir damals nicht hatten und was es damals einfach in der Form überhaupt nicht gab. Nämlich eine realistische, faire Chance, dass man ohne Frust mit viel Spaß vom ersten Moment an Ableton Live erlernen kann und auch seine ersten Ergebnisse mit Ableton Live erstellen kann. Und das Ganze, ich will mal sagen, in einer Gemeinschaft der Ermutigung, in einer Gemeinschaft des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Hilfeleistung. Wir wollen dieser Community hier auf YouTube und in unserem E-Mail-Verteiler und in allen anderen Kanälen, die wir bedienen, wollen wir diese Chance geben, die wir damals nicht hatten, um euch den Start viel, viel leichter zu machen als dem durchschnittlichen Menschen, der sich einfach eine Ableton-Lizenz kauft, weil er denkt, boah, geile Software, möchte ich gern mit arbeiten. Das Ganze Recherchieren, der ganze Frust, das Ganze bei YouTube rumfummeln entfällt damit. Und das Beste, wir haben seit vielen, vielen Jahren sehr beliebte Online-Live-Sessions am Start. Wir treffen uns jede Woche in Online-Konferenzen, wo du deinen Ableton-Bildschirm übertragen kannst und deinen Sound und dann ganz genau fragen kannst, hey, guck mal, hier an der Stelle hänge ich gerade, wer kann mir sagen, wie es hier weitergeht. Ich habe es selber letztes Wochenende wieder erlebt und habe einen von Ingos Online-Kursen durchgearbeitet zum Thema Techno-Musik und bin an einer ganz dummen Stelle Samstagnachts hängen geblieben und habe dann zwischen 12 Uhr und 1 Uhr wie verrückt auf dem Laptop rumgeklickt und versucht, die Lösung zu finden und es ist mir nicht gelungen. Und am nächsten Tag habe ich wieder eine halbe Stunde da gesessen und gefummelt und gefummelt und ich habe die Lösung nicht gefunden und ich wusste, es muss die Lösung geben, es ist nicht so schwierig. Ich wusste sie nur einfach nicht und habe sie auch nicht herausgefunden. Also nach 90 Minuten habe ich dann einfach das gemacht, was sinnvoll ist. Ich habe unsere Community gefragt, hey Leute, an der Stelle hier hänge ich, wie sieht es denn aus, kann mir da jemand weiterhelfen? Und innerhalb von 10 Minuten hatte ich zwei sinnvolle Antworten und konnte dann einfach weitermachen. Das ist Gold wert. Das kann man gar nicht sagen, wie wertvoll das ist, in einer solchen Gemeinschaft der Ermutigung unterwegs zu sein, wo gilt, es gibt keine dummen Fragen, nur unlustige Antworten und da sind wir hier nicht gerade bekannt für. Im Gegenteil, wir bei Music Tutorials sind dafür bekannt, die hochwertigsten und besten Online-Trainings für Ableton Live im deutschsprachigen Markt anzubieten. Und was wir bisher noch nie getan haben, ist, dass wir uns mal an eine richtige Einsteigeranleitung, an einen Einsteigerkurs gewagt haben. Und genau das haben wir in den letzten Monaten angefasst als Projekt und jetzt ist es soweit. Wir stehen kurz vor der Veröffentlichung von Ableton Get Unstuck, unserer perfekten Anfänger-Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung unseres Einsteigerkurses für Einsteiger, Einsteigerinnen, Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen in die Welt von Ableton Live. Bevor es jetzt aber wirklich ganz offiziell losgeht, möchte ich den Ball nochmal zu dir werfen. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du denkst, ja, das bin ich, da finde ich mich drin wieder, schreib uns doch bitte in die Kommentare oder per Mail, was sind denn deine größten Hürdenprobleme, was sind deine Fragen, wo hängst du, welche Themen, welche Inhalte sollten auf jeden Fall in einem solchen Einsteigertraining berücksichtigt werden und was dürfen wir auf gar keinen Fall bei der ganzen Aktion vergessen. Und wenn du jetzt am Anfang stehst und sagst, wow, das ist genau das, was ich suche, so ein Einsteigertraining mit einer Community dahinter, die mir weiterhilft, dann würde ich mich freuen, dich demnächst an Bord von Get Unstuck begrüßen zu dürfen. Für heute erstmal liebe Grüße und mach dein Ding, denn wer will, der kann. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!